Hallo miteinander, ich bin Lisa Bechlow, ich bin beim Aschenodes Team mit dabei. Ich benutze das App, weil ich alleine trainiere, aber auch mit einem Trainer zusammen trainiere. Ich trage jedes Mal alles eintragen, sehe, wenn ich vielleicht noch etwas zu wenig angeschaut habe oder wenn ich zu fest trainiert habe oder immer wieder dasselbe trainiert habe. Für mich ist es vor allem super zu sehen, dass ich alles miteinander immer gleich trainiere, also Zonentraining mache, Sprungtraining mache, Kommandos Trainings und dass man das alles gleich behandelt. Und genau das sehe ich auf Aschenodes, dass ich wirklich sehe, wo ich noch etwas mehr Zeit investieren muss, dass so etwas alles ausgeglichen ist. Aschenodes kann ich allen Aschiritianen weiter empfehlen, die ein höheres Ziel haben am Wettkampf oder die eben an den Wettkampf heute gehen, um zu sehen, wo kann ich mich noch verbessern, was kann ich im Training noch etwas mehr anschauen und das ist eigentlich für mich das beste Ding. Genau. Wir beginnen uns erst mal auf, umô, einen Daumenabich auf. Sonst... Um... 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 Tassel looks das nicht so very effectively beim Mal suited den Geschwidigen. Vonyn verdienen sich das nicht guter Level im Tumum ...